Ja, brennen. So, nice. Hi Leute, ich melde mich jetzt von euch zurück. Aus dem Schnitt, ich merke gerade, ich habe nicht aufgenommen mit der ganz normalen 20.000 Mbit-Codierung, sondern ich habe aus Versehen mit der Stream-Codierung mit 3.000 Mbit aufgenommen. Deswegen ist es leicht pixelig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber es gibt trotzdem vielleicht eine positive Bewertung oder so. In dieser Folge haben wir gegen Dr. Banks und Fabo gekämpft. Ich hoffe mal, es gefällt euch. Leute, dankeschön, viel Spaß. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu der wahrscheinlich letzten Folge Minecraft Titan 2. Ich bin ultramäßig aufgeregt, mein Herz klopft wie sonst was. Also, warte mal. Ich würde ja lachen, wenn man das jetzt in der Aufnahme hört. Ich bin wirklich ultra nervös. Ich habe mich nämlich zum Kampf verabredet mit Dr. Banks und Fabo. Wir werden 1 vs. 1 machen. Wir treffen uns unten. Moment. Ich stehe am Spawn. Oh mein Gott, ich stehe am Spawn. Scheiße. Warum werden alle Spieler zum Spawn teleportiert oder was ist da los? Okay. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, gerade, warum ich am Spawn bin. Ich werde versuchen, natürlich mit meinem hier zuerst Titan-Wert anzugreifen, das Verbrennung hat. Ich muss jetzt aber ganz schnell hier das so ein bisschen runterstellen. Ich spiele jetzt gerade mit einer neuen GUI-Größe. Kacke. Warte mal, ich springe jetzt einfach runter. Ich glaube, sie wissen, dass ich da bin. Aber wir haben ja gesagt, dass wir uns unten treffen. Da unten, wo das Wasser ist. So, warte mal. Ich habe halt keinen Fallschirm, ne? Das bedeutet, es wird ziemlich heftig werden, Leute. Es wird ziemlich heftig werden. Okay, hier gehen wir jetzt einfach mal runter. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, wenn ich da jetzt runterfalle. Hui, okay, nee. Es sollte eigentlich nichts passieren. Oh mein Gott. So, also, wir sind jetzt hier beim See. Ich werde gleich gegen Dr. Banks kämpfen. Ja, oh mein Gott, der Spawn sieht von unten so geil aus. Okay, ich bin gerade mal gespannt, wo sie sind. Ich schätze mal, dass die da drüben runtergegangen sind. Ich habe leider nichts mehr zu essen, oder? Doch, doch, warte. Ich habe noch fünf gebratene Fleische. Ich denke nicht, dass ich das jetzt packe, aber... Ähm... Man kann es ja mal versuchen, ne? Man kann es ja mal versuchen. Ich möchte in Ära sterben und... Oh mein Gott, hier sind so viele Creeper. Was ist da los, Alter? Warum muss es immer Nacht sein, wenn wir kämpfen? Immer. Es ist halt einfach so. Richtig nervig. So. Die Kackmücke ist hier auch noch. Äh... Sind die denn jetzt schon hier unten, oder? Okay, Killer PvP ist auch da. Und Andyart ist auch da. Ich zitter gerade richtig. Das ist mein Fuß, Alter. Der rastet gerade richtig aus. Nervosität ist sowas richtig krasses, meiner Meinung nach. Ich habe halt noch keine Ahnung, wo die jetzt sind, ne? Ich habe echt keine Ahnung. Die könnten jetzt hier überall sein. Also, ich bin auf jeden Fall schon da, wo dieser See ist. Ich hoffe, das ist auch dieser See hier. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan, oder so. Aber es müsste der hier sein. Oder ist es der hier? Da drüben sind die. Okay. Leute, jetzt geht es gleich los. Es wird wahrscheinlich meine letzte Folge Titan sein. Aber ich freue mich einfach so, dass ich jetzt, äh... Durch Sonnenkampf vielleicht eventuell sterbe. Und dass es jetzt dann eventuell schon losgeht. Ich komme jetzt einfach, komm. Okay, okay, okay. Ich habe keinen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt auch scheißegal. Ob ich den Bogen habe, oder nicht. Scheiß Zombie-Hurensohn. So. Gut. Okay, ich gehe jetzt drauf. Warte mal. Okay, er zieht mir nur ein halbes Herz ab. Das ist nicht so viel. So, warte mal. Okay, ich komme jetzt hier auf das zweite Schwert drauf. Und, wenn ich ihn nämlich einmal hitten kann, wäre das mega gut. Weil dann würde er brennen. So, nice. Oh, er hat auch Verbrennung ab seinem Schwert oben. Achtung, und... Okay. Das war's schon. Alter Schwede, war das jetzt knapp. Alter, das war... Ging jetzt so schnell. Oh mein Gott, Alter. Nein. Es war ein schöner Kampf. Kann man das so sagen? Es war ein schöner Kampf? Doch. Ich würde schon sagen, dass es ein schöner Kampf war. Ja, die letzte Folge Titan, die ging ultra lange. Ein paar Minuten. Ähm... Alter, ich... Das muss man doch hören. Ey, Leute, das ist echt unnormal, ne? Äh, Glückwunsch an... Das Team, das mich jetzt getötet hat. Ich meine, natürlich, ich hatte nur Scheiße quasi auf meinem Schwert, ne? Also, ich meine, Verbrennung war ziemlich gut und so weiter. Natürlich, ich bin alleine. Ich bin nicht so der PvP-Boss. Ich hatte keinen Bogen und sowas. Aber... Trotzdem, das andere Team, super. Ihr habt das verdient. Und, äh, natürlich hoffe ich, dass ihr noch weit kommt. Wenn ihr das hier sehen solltet. Das war's. Äh, Titan 2 von mir. Ich hoffe, ich bin auch in Titan 3 wieder mit am Start. Äh, ich kann schon gar nicht reden, weil ich bin nervös. Und das fällt so langsam gerade alles ab. Äh, mal schauen, mit wem ich dann Team werde. Vielleicht wieder mit Killer oder mit jemand anderem mal schauen. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Und ciao. Tschüss. Schaut bei den anderen Teilnehmern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020